Was schiebt man nicht hier? Nichts schwerer als das. Mit den Agents das im Gang ist, vielleicht noch mehr, wir müssen die Batterie informieren. Verstanden, Fortress, Trubstone 4, melden, over. Los, 4, Fortress, folgende Lage, starke chinesische Kräfte im Ziel, break. Offenbarst Backups, Anstärke derzeit noch unbekannt, over. Verstanden, Anwalt nach Bedarf und holt sie schnell da raus, over. Naja, unauffällig ist eher was anderes, oder? Ich laufe euch einfach mal hinterher, ist das in Ordnung? Eigentlich würde ich den da... Nee, dann muss ich halt den da nehmen. Eine UMP, sämtliche Waffen, die du erhältst, werden in die Waffenkiste gelagert. Sehr schön, du kannst bei jeder Waffengäste im Spiel auf all deine Waffen zugreifen. Was ist das denn, Wasserpistolen? Bring uns zum Hotel. Find ich nicht. Die VIPs sind ganz oben, genau wie die Aussichtsbar. Das klingt doch gut. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach. Wo soll das nicht dazukommen? Ja, hätte ich jetzt auch gesucht. Ja, ich weiß. Das ist nur... Mach die scheiß Tür zu! Ja, da haben wir ein Problem. Und zwar grafisch auch, ne? Habt ihr ja gesehen. Grafikpacks. Na, Schotti... Die OMP wollte ich jetzt mal behalten. SVD... Die nehm ich dann wieder. Ja, die denn. Da geht doch hier gleich wieder die Rille los, ne? Ja, das gehört. Kontakt auf die Treppe. Wohin... Halt der Nacht. Los, los, los! Ja, irgendwas mit mir ja drüben, ne? Ja! Alles klar, Mecker! Ja, die los kann ich... Ja! Ja! Schießt der auch mal auf die, oder... Ja, eigentlich ist es besser! Aber könnt ihr nicht. Ah ja, unten sieht man dann... Pack! Sein Tür! Kann alle haben die Zahlen aus! Hier? Also ich muss sagen... Grafik top! Auch wenn ich so etwas runterstellen muss, damit das hier... nicht zu schlimm lag wie jetzt schon wieder... Ich glaube, ich darf mal den Ausgabeordner ändern. Ich habe ihn noch nicht geändert übrigens. Ich probiere es jetzt nochmal hoch. Jawoll, Feuer zusammen! Es sollte leise vom Schatten gehen, oder? Irgendwas war doch da! Uh.... Ihr habt ihn ging also... Da... Und dann lunch auch. Ich komm mal aus. Ja... Ruau... der Monster... resellte das... U intake wieder kurz zu S D m Alles klar, kann ausgehen. Das mach ich selber. Hier schießt auf jemanden, der bereits tot ist. Durch Munition verschwendet. Gott. Der Helm. Angriff läuft, da merke ich nichts. Was willst denn du? Ein Claymore. So, der Ausgabeordner ist jetzt geändert. Ich speichere jetzt auf meine externe Festplatte. Der PC hat zwar noch einen Haufen Platz voll, also leer, aber... Er zeigt mir an, als wäre er voll. Hab ich vorhin geholt. Sollen sie nur kommen? Ich greife die mal bitte an. Die muss ich ja bezieh... What the... Ich hab jetzt nur überhaupt keine Peilung. Wie lang die Folge jetzt ist. Wie lange sie noch werden soll. Ich mach das einfach so prima, Daumen. Was da... Wie immer eigentlich. Ich mach's meistens so prima, Daumen. Und du machst hier genüsslich weiter. Schön, wenn du... Wecker, bin marschbereit. Ich hab auch nichts anderes erwartet. Hat doch alles Geld gekostet hier, was ihr zerstört. Na, 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 na. So. Okay. Nein, die, wo wir da stehen, die sind im Moment die größte Bedrohung. Der Rest sollte eigentlich durch die Claymores draufgehen, ne? Mach's gleich, Herr Schumpel! Oh, shit, der Hubschrauber ist zurück. Nicht den Piloten ausschalten? Ne. Okay. Ein Interessebereiter ist... Er sieht kein Ziel, okay. Da ist ein Ziel. Mit dem Ernst? Soll sich echt nicht beeilen. Danke, danke, ist kein Ding. Aber, das kann ich später loben. Denn jetzt haben wir größere Probleme. Und zwar ist mir Dinger auszuschalten. Die macht die Claymores fertig, oder? Ne, doch nicht. Die macht eben nicht die Claymores fertig. Ja, hier sind wir ewig bereit. Was ist das? Schieß doch einfach das Ding rein. Oder ist das Panzerglas. Das war's, wir können weiter. Komm schon, Lass, ich bin fertig. Oh, Kinderspiel. Ha, 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 ha. Genau hier müsste eine Strecke sein. Wir zahlen gut. Ist okay, Rick. Ich glaube, den geht's nicht mehr so gut. Ich bin schon da. Los, los. Hier ist unser Stockwerk. Alles sicher. Noch. Wir sind nah dran. Äußerst nah. Fresse. Unsere VIPs? 38. Oh, nein. Das ist unser Zimmer. Ach, du Scheiße. Meine Fresse. Da drinnen wird keiner mehr. Ihr seid spät dran. Es dauert halt, sich durch den Suchtrupp zu schießen, der das Gebäude durchkämmt. Warum habe ich wohl den Raum gewechselt? Wenn du rumlaufen kannst, wofür brauchst du uns dann, Kovic? Über den Gang kommt man leichter als über die Straße. Rein dir. Bistus. Komm schon weg. Wo ist der Verracken? Die König auf die Straße, überall ist das Militär. Oh, das ist ja großartig. Wer sind die VIPs? Ist das der aus dem Glickenteil? Wir holen sie an einem Stück raus. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin Hanna. Das ist mein Mann. Danke fürs Kommen. Entschuldigung, Sir. Verzeihung, man. Verstehen Sie mich? Geht es Ihnen gut? Können Sie gehen? Mein Mann ist verletzt. Er braucht Ruhe. Negativ. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich habe Helis auf dem Dach gesehen. Wir müssen jetzt los. Dann gehen wir rauf. Was? Ob es dir gefällt oder nicht? Ich fliege das Ding. Das ist der Plan. Oder hast du einen anderen Vorschlag, Sergeant? Ach, glaub wir jetzt Helis. Sind Sie fertig? Mein Mann muss versorgt werden. All diese Gewalt. Wo führt das hin, Sergeant? Das ist nicht, was ich... Danke fürs Kommen, Sergeant. Ich bin sehr dankbar für die Hilfe. Los geht's jetzt. Kommt, kommt. Los. Los, los. Kommt, kommt, kommt. Köpfe runter, zusammenbleiben. Vorwärts, Racker. Oh, der Battlelog nervt. Euch genauso. Oh, Lex nerven. Wenn das nicht klappt, sind wir am Arsch. Kannst du doch nicht sein. Husweg. Wir machen Knox Nummer. Tschüss. Nach. Tschüss. Wes Hallelujah. Wie für mich fucking gut denn? B aiars. Wie für die Überlebte. Nee. Meineège meine dime. Vielen Dank.